Hallo, wir sind Tina und Jörg und seit fast 20 Jahren bilden wir mit dem Schulungszentrum Zimmer & Falke Hundetrainer aus. Wir durften jetzt wieder für den GU-Verlag ein Buch schreiben, wie ich meinen Hund endlich verstehe und freuen uns sehr darüber, damit ganz viel aktuelles Wissen weiterzugeben. Ja, das Thema ist super aktuell, denn viele Hundehalter wünschen sich natürlich sehnlichst ihren Hund zu verstehen und genau deshalb haben wir auch die wichtigsten Themen aufgenommen, wie die Persönlichkeit des Hundes erstmal überhaupt zu erfassen, zu beobachten und interpretieren zu können, aber natürlich auch ganz viel Kommunikation und Ausdrucksverhalten und das immer gekoppelt auch mit täglich aktuellen Situationen, die einem einfach im Alltag begegnen mit dem Hund, so dass du dann eben auch den Hund beobachten kannst und das Verhalten interpretieren kannst und immer eigentlich up to date bist und genau weißt, wie geht es deinem Hund und was braucht er gerade. Ja, und wir haben das so aufgebaut mit vielen Tests, um dich eben auch gut an die Hand zu nehmen, dass du eben auch selbst überprüfen kannst, Mensch, was für ein Verhalten zeigt mein Hund, um ihn so natürlich auch besser verstehen zu können. Das Besondere an diesem Buch ist, dass neben diesen Tests und den wunderschönen Bildern noch viele zahlreiche Videos zu sehen sind. Die kannst du auf deinem Smartphone oder auf deinem Endgerät dir anschauen. Dort haben wir Hundeverhalten gefilmt und besprochen. So kannst du für dich nachvollziehen, wann, wo ein Hund welches Verhalten zeigt, wie man das nennt und vor allen Dingen, warum er sich so verhält. Somit kannst du für dich und deinen Hund nachvollziehen, was dein Hund dir eigentlich mit seinem Verhalten zeigen will und vor allen Dingen, wir haben immer auch dazu geschrieben und erklärt, was man in welcher Situation vielleicht machen sollte. Du kriegst also eindeutige Handlungsanweisungen. Somit haben wir einen schönen Allrounder für dich geschrieben, den du sehr gut im Alltag nutzen kannst zum Lesen, zum Nachschlagen, zum Interpretieren, zum Beobachten und wir wünschen dir ganz viel Spaß mit diesem Buch und teile uns gerne mit, wie es dir gefallen hat. Alles Liebe, bis dahin. Tschüss. Tschüss.